What the fuck is going on? Und dachte mir, ne, ne, das machst du besser, machst du ein Video. Ja, was soll ich sagen, ich habe ein Video gemacht und wünsche euch jetzt damit viel Spaß. Ja, und nochmal danke für alle Glückwünsche, die ich bekommen habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020